Hallo, ich bin Adana. Hier lernt man Schacht. Also, wisst ihr, was das heißt? Also, ich weiß es. Das heißt Turm. Und es gibt zwei Töne. Und das heißt Pferd. Das kann immer in L gehen. Und das ist der König. Der kann in alle Richtungen gehen, nur, dass er nicht wie ein Elf sein kann. Und der Bauer kann so fangen, aber auch so machen. Und die Königin kann so machen. In alle Richtungen, viele Schritte. Und der König kann nur einen Schritt in alle Richtungen. Und das ist der Bauer. Super. Das habt ihr ja schon gesehen. Das ist der Läufer. Und der Läufer kann in eine Richtung, so, wenn zum Beispiel der Schwarze hier wäre, dann könnte er den fangen. Mhm. Sehr gut, Mann. So. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt auch gerne den Videoschauen zum Adana Adora Community.